Oh, das ist ja heute ein riesen Zirkus hier, oder? Muss man schon fast aufpassen. Wie war es auf dem roten Teppich? Ähm, naja, viele Interviews und so weiter, aber ein wenig Kreische und so weiter. Das ist halt immer ganz nett. Wird heute Abend Ihr Favorit bei den Nominierten? Ähm, also mein Favorit ist die Dame neben mir und die bei den Nominierten, ähm, naja, Robert De Niro ist klar. Dankeschön, schönen Abend. Dankeschön.